Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe einen übertrieben krassen Outfit Glitch für euch am Start und zwar wie ihr wieder alle Outfits aus den ganzen Missionen rausglitschen könnt und zwar zum Beispiel das Cop Outfit, wo jeder haben möchte oder das begehrte Landezone Outfit oder das Sumo Outfit oder Inch by Inch oder egal was ihr halt haben wollt aus der Mission, könnt ihr jetzt wieder rausglitschen. Im Hintergrund seht ihr ja schon mal ein paar Beispiele, die ihr machen könnt, die super einfach funktionieren. Das einzige was ihr braucht ist halt ein Kumpel, mit dem ihr euch absprechen könnt und der Rest ist alles gar kein Problem. So, ich fange jetzt am besten gleich mal an, euch das zu erzählen und zwar genau nach dem Intro. Und bevor es mit dem Video losgeht, im Hintergrund zeige ich euch noch kurz drei wirklich krasse, geclitchte Outfits, die ihr natürlich auch selber alle nachmachen könnt. Ich habe insgesamt fünf Videos davon gemacht, drei stelle ich euch jetzt mal kurz vor und falls euch auch sowas interessiert oder ihr sowas auch haben möchtet, schaut doch einfach in die Videobeschreibung rein. Ich nenne die Outfits OF 1 bis 5 und da könnt ihr euch die Videos anschauen, wie ihr auch die krassen geclitschten Outfits selber machen könnt. Also auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung reinschauen und falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr es auf jeden Fall nachmachen. So, und jetzt fange ich an, euch zu erzählen, was ihr jetzt genau machen müsst für den Glitch. Für diesen Glitch braucht ihr einen ganz bestimmten Job. Den Job habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, den müsst ihr euch markieren im Social Club und danach habt ihr den gespeichert unter markierte Jobs, also unter markierte Rennen quasi. Den Job hat Fraps erstellt, Grüße gehen an dich raus, Fraps, geiler Job, auf jeden Fall. Und wenn ihr den Job dann habt, müsst ihr eine Spielerliste erstellen, da geht ihr einfach unter Start Online Spielerliste und dann Spielerliste erstellen mit diesem Job. Danach startet ihr diese Spielerliste und fährt diese Spielerliste zu Ende, damit genau diese Spielerliste bei euch im PSN-Menü unter Aktivitäten auftaucht. Und da seht ihr dann schon oben die Event-Spieleliste Glitch Uno. Genau mit so einer Spielerliste, wo nur dieser Job drin ist, das braucht ihr halt. Das müsst ihr halt erstellen und zu Ende spielen, damit es dann auch bei euch unter neuesten Aktivitäten auftaucht. Wenn ihr das soweit habt, dann ist es eigentlich super einfach. Dann müsst ihr einfach nur irgendeinen Job starten, auf den ihr halt Bock habt, also wo ihr halt auch das Outfit rausglitchen möchtet. Wenn ihr zum Beispiel das Landezone-Outfit haben wollt, dann startet halt kurz die Landezone. Da braucht ihr allerdings vier Leute dazu. Oder wenn ihr das Inch-by-Inch-Outfit haben möchtet, dann startet ihr halt Inch-by-Inch. Oder worauf ihr halt Bock habt. Wenn ihr das Cop-Outfit haben wollt, dann startet ihr einfach die Mission unter Versus Lasterhaft. Und die starten wir jetzt einfach mal, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr jetzt in der Mission Lasterhaft drin seid, dann müsst ihr Team-Ausgewogenheit auf Auslassen, falls ihr im anderen Team seid, damit ihr das Team wechseln könnt, um euer Polizei-Outfit speichern zu können. Bei Kleidung ist es ganz wichtig, auf klassisch zu lassen und jetzt ladet ihr einfach nur euren Freund ein. Und sobald euer Freund dann beigetreten ist, startet ihr die Mission ganz normal erstmal. Wenn ihr dann jetzt hier im Outfit-Auswahl-Menü seid, dann geht ihr auf Outfit-Stil und geht auf Gerechtigkeit. Ihr könnt auch theoretisch irgendwas anderes auswählen, worauf ihr halt Bock habt und könnt auch dieses Outfit rausglitchen. Aber ich möchte euch ja zeigen, wie das Cop-Outfit geht. Deswegen stellen wir jetzt auf Gerechtigkeit ein und starten das Spiel jetzt einfach mal. Sobald der Job dann gestartet ist, müsst ihr den LKW nur möglichst schnell zerstören. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach den LKW ins Wasser fährt oder so wie ich das jetzt mache, einfach mit der Haftbombe zerstört. Theoretisch könnt ihr den Job auch zu Ende spielen, nur dann dauert es halt ewig und das wollen wir ja nicht. Deswegen reicht es einfach, den LKW zu zerstören, damit der Job sofort beendet ist. Danach gebt ihr einfach noch einen Daumen nach oben oder nach unten, spielt auch keine Rolle. Und danach kommt ihr ins nächste Fenster mit dem Job-Auswahl-Menü-Fenster. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, wo ihr halt für den nächsten Job abstimmen könnt. Euer Kumpel muss dann auf Wiederholung drücken. Das ist ganz wichtig. Ihr drückt überhaupt gar nichts. Ihr lasst einfach nur den Bildschirm so, wie er ist. Geht dann auf euer PSN-Menü. Geht dann unter Profil und Neueste Aktivitäten. Und geht mal in die Spielerliste rein, die ihr davor erstellt und gespielt habt. Aber noch nichts drücken, einfach nur so offen lassen. Euer Kumpel, der ist ja im anderen Auswahl-Menü-Fenster und der sieht ja da unten rechts die Zeit ablaufen. Jetzt kommt es ein bisschen aufs Timing drauf an. Während ihr hier in diesem Bildschirm wartet, mit dem Cursor auf Event-Spiele-Liste, und euer Kumpel immer noch im Job-Auswahl-Fenster ist, muss er euch Bescheid geben, sobald da die Zeit komplett abgelaufen ist, dass da 0 dran steht. Dann gebt er euch Bescheid, ihr selber zählt dann nochmal zwischen 2 und 4 Sekunden selber nochmal runter und drückt dann auf X. Wenn alles geklappt hat, ist euer Kumpel jetzt wieder in dem Job-Menü drin von Lasterhaft. Den kann er dann ganz normal verlassen. Und ihr spawnt jetzt gleich wieder in der Garage von dem eben gespielten Job, also aus der Spielerliste. Und dann kommt die Meldung, ob ihr sie wirklich starten wollt. Dann drückt ihr einfach nur die Kreistaste und wie ihr seht, seid ihr dann mit dem Cop-Outfit in eurer Garage drin. Das packt dann ein bisschen rum, ist gar kein Thema. Wenn ihr dann aber in der Garage seid, dann müsst ihr einfach nur zum Aufzug hinlaufen und dieses Outfit in eurem Kleiderschrank dann abspeichern. Das einzige Komische daran ist, dass wenn ich das mache, dann habe ich irgendwie nie eine Polizeimütze auf oder keinen Helm oder sowas. Irgendwie bei mir fehlt es jedes Mal. Aber ich habe es festgestellt, dass es wirklich von Account zu Account anders ist, weil manche haben die Polizeimütze auf, ich habe sie jetzt in dem Fall nicht auf. Aber, keine Ahnung, ihr könnt es vielleicht öfters mal probieren, aber ich habe es nie geschafft, wirklich die Polizeimütze mit aufzuhaben. Woran das liegt, kann ich euch auch nicht sagen. Das ist schon irgendwie accountabhängig. Das heißt, bei manchen, die haben die Polizeimütze, manche haben die Polizeimütze leider nicht. Aber es spielt auch keine große Rolle, weil das Cop-Outfit könnt ihr ja speichern oder halt die anderen Outfits natürlich auch, was natürlich auch extrem geil ist. Das Einzige, was ihr jetzt noch wissen müsst, dass ihr jetzt in so einer verpackten Lobby seid, ihr könnt das Apartment nicht mehr verlassen, ihr habt auch keine Waffen. Das heißt, sobald ihr das Cop-Outfit in eurem Kleiderschrank gespeichert habt, müsst ihr einfach nur auf Start online gehen und eine neue Sitzung finden und ihr habt das Outfit. Jetzt wiederhole ich den kompletten Glitch schon mal ganz kurz und zeige euch das, wie das Ganze mit dem Sumo funktioniert. Und zwar, ihr braucht den Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, den müsst ihr euch markieren. Ihr müsst daraus eine Spielerliste machen. Diese Spielerliste müsst ihr zu Ende spielen, damit es bei euch im PSN-Menü unter Aktivitäten auftaucht. Danach braucht ihr einen Kumpel, mit dem ihr wahrscheinlich in der Party oder bei TeamSpeak euch irgendwie absprechen könnt, damit das alles zeitgleich funktioniert. Danach startet ihr irgendeine Mission, wo ihr das Outfit haben möchtet, in dem Fall ist es Sumo. Die startet ihr mit eurem Kumpel ganz normal, fährt auch diese Mission zu Ende, geht in den Abstimmungsbildschirm, gibt eine Bewertung ab und geht dann in den Job-Auswahl-Menü, Fenster, Bildschirm, Gedönse da, keine Ahnung wie das heißt. Euer Kumpel drückt auf Wiederholung, ihr drückt gar nichts. In der Zeit, wo die Zeit rechts unten abläuft, geht ihr in euer PSN-Menü, geht auf neueste Aktivitäten, geht auf die Spielerliste mit dem Job drin, wo ich euch unten verlinkt habe und wartet dort einfach auf Event-Spieleliste. Euer Kumpel sieht ja die Zeit unten rechts und gibt euch Bescheid, sobald die Zeit abgelaufen ist. Sobald die Zeit abgelaufen ist, gibt er euch ja theoretisch Bescheid und dann zählt ihr selber zwischen 3 und 4 Sekunden und danach startet ihr diese Spielerliste. Euer Kumpel kommt dann wieder in das neue Job-Menü rein, kann das Ganze mal verlassen. Ihr spawnt dann in eurer Garage und bekommt die Meldung, ob ihr diese Spielerliste wirklich spielen wollt. Dort drückt ihr die Kreistaste, damit ihr in der Garage gespawnt seid mit dem Sumo-Outfit. Jetzt müsst ihr nur noch zum Aufzug laufen, zu eurem Kleiderschrank gehen und dort dieses Outfit abspeichern. Wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr einfach nur eine neue GTA Online-Sitzung finden, damit ihr ganz normal aus der verpackten Lobby rauskommt und habt dieses Outfit nun. So, das war es auf jeden Fall, kurz und knapp. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr sie mir natürlich gerne stellen. Und ihr könnt euch, falls ihr einen Mitspieler braucht, gerne bei mir in der Facebook-Gruppe euch absprechen, damit ihr euch da treffen könnt und jeder das Outfit rausglitschen könnt. Der Link zu meiner Facebook-Gruppe ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen, darum geht es alles möglich um GTA. Da könnt ihr auch eure eigenen Glitches posten, ist überhaupt kein Thema. Könnt ihr euch absprechen für irgendwelche Tuning-Treffs oder da poste ich auch ab und zu mal ein paar Sachen rein. Könnt ihr euch auch mit mir unterhalten, also wie ihr halt Bock habt. Jo, das war es mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like da. Abonnieren nicht vergessen und dann muss ich mir einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.